Die Hauptvorteile des 6-MCR, natürlich speziell im Gaberbau für kleinere und mittelstädtische Betriebe ist natürlich die Transportfähigkeit. Das Gerät ist leichter und hat trotzdem alle Eigenschaften der gesamten MCR-Baureihe. Wir können hier multifunktional löffeln, Ladeschaufeln und die Palettengabel bewegen und natürlich das auf engstem Raum, wie man das kennt, mit dem Megalagrauslegen. Wie ist die Bedienung, Freundlichkeit? Ja, die Bedienfreundlichkeit, das ist natürlich das Konzept der MCR-Baureihe, ist einmalig einfach. Einmalig einfach für Backern und einmalig einfach auch im Verpackladermodus. Ich habe keine Ungewöhnung, Zeit kann sofort losarbeiten. Wer Bagger fahren kann, kann natürlich auch mit der Lack fahren, speziell 8-MCR gibt es einen Schalter, der wichtig ist, um von den Bagger-Modus in den Kompaktladermodus zu kommen. Das ist alles. Einfach, simpel, intuitiv, kann ich vollwertig mit allen Anbaugeräten, speziell natürlich mit der Skitzschaufel und auch der Palettengabel, arbeiten. Und das erhöht den Erfolg eines jeden Unternehmers.